Was geht Leute? Mein Name lautet Danny P-P-P-Bernisch Willkommen zu einer neuten Folge von Roads to Commander in Modern Warfare 2. Vielen, vielen Dank an euren ganzen bisherigen Support. Ihr seid die zweitbesten nach mir. Wir spielen heute, ich überlege gerade, ich habe im letzten Part ziemlich viel frei für alle gespielt und zwar immer gewonnen, aber immer so knapp irgendwie, das ist so anstrengend. Wir können gerne die Sniper heute nehmen, wir können heute alles nehmen, was euer Herz gerne will und ich werde erstmal eine, ja die hier Klasse opfern für eine Sniper Klasse. Ich nehme mal die Barrette, auch eine sehr geile Waffe, allerdings muss man sagen, dass die Intervention immer mehr Style hatte. Und, ähm, als, was, lass uns mal aus Spaß, lass uns mal aus Spaß eine Runde Sniper spielen. Oh, auf Salvage, okay, wir spielen eine Runde mit, ich muss sagen, eine Sache noch und zwar mit der Farmers. Wisst ihr, was wir machen, bevor wir, wir snipen erstmal nicht, weil ich hier auf der Map so gut bin mit der Farmers, wirklich, ich bin richtig gut auf der Map mit der Farmers. Werden wir erstmal eine Atombombe versuchen hier. Keine Sorge, wenn ich erstmal meine besten Killstreaks habe, wird es natürlich alles besser sein. So, mal sehen, ob wir einen, na, falsch geworfen. Also, die Farmers ist hier richtig OP, also die ist hier so richtig gut und das macht, ich bin wirklich, wirklich gut mit der Farmers hier drauf. Vor allem hier, weil die hier mal lang kommen. Jetzt habe ich eine Aufführungsdrohne schon, ging ziemlich schnell. Vor allem, was gut hier gerade ist, dass keine Gegner da wirklich sind. Damals habe ich meine größte, die meiste Zeit hier immer verbracht. An diesem schönen Ortchen hier. Ist auch ein sehr, sehr guter Ort. Ich überlege dort, wo er sein könnte. Ach, der läuft da lang. Vielen Dank. Wow, die Kills kommen angeflogen, Alter. Das ist, was ich sehen will. Irgendwann werde ich wissen, was sein Ziel ist. Irgendwann. Ich habe gewusst. Ich habe sowas von gewusst. Oh mein Gott. Nein! Ein Kill vom Payflow, Mann. Alter, hätte ich den Payflow bekommen. Ich bin echt, die Farmers ist echt OP hier. Bisschen vorsichtiger hier sein. Ich habe das Gefühl, hier wartet mich gleich einer. Mit dem Sniper kann man hier übrigens auch richtig geil abgehen. Oh mein Gott, dieser Typ, der macht mir mein Leben schwer. Ja, guck mal, was er macht. So ein Tryharder, ein Missgeburt, ein Tryharder. Okay, machen wir mal auch Spaß. Bisschen Spaß mit den Gegnern haben. Tschüss, du Bastard. Was? Natürlich klappen bei mir nie die Quickscopes. Nie. So, da ist einer. Oh mein Gott, ich hätte gedacht, er stirbt. Habe ich Glück gehabt, dass er nicht so gut war. Gott, ich hasse es, meine eigenen Schritte zu hören. Mein Gott! Immer der Typ, immer dasselbe mit ihm. Gott, die Stimme ist bestimmt total übersteuert. Ja, Alter, die ist richtig übersteuert. Gott, ich gewinne einfach nicht. Wieso? Guck mal. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass es mir zu leicht gemacht werden soll, aber... Wieso zum Teufel? Ja! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Leg dich nicht mit mir an, Alter, ich bin besser als du. Sehe ich es einfach ein. Mein Gott, diese spielen alle mit der OMP. Die können gar nichts. Erstes Mal zerstört jemand meine Streak. Und da kommt immer irgendein Bastard angelaufen. Das kann nicht wahr sein, der Typ hackt doch. Oh Gott, ich wollte mich nicht mehr aufregen. Gib mir die P90. Ja, das ist richtig. Die Opfer ist geil. Ach so, hätte er mich jetzt gekillt, wäre ich ausgetickt. Bis zum Geht nicht mehr, Alter. Dann wäre ich nicht ausgetickt. Das geht ja gar nicht, klar. Sollte ich dich dafür schäben. Wenn ich erstmal keinen Ninja habe, sind die alle tot, Alter. Gott, ich verliere hier sogar. Wegen so einem Treyharder. Im Video. Gott, ich hasse es. Deswegen überlege ich mir mal zehnmal, ob ich einen Road to Commander machen will. Weil die Leute ist auch gar nicht... Ich weiß nicht, könnt ihr das verstehen? Was ich hier verliere? Könnt ihr das verstehen? Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Noch ist nichts verloren, aber trotzdem. Ich will wirklich, wirklich gewinnen. 900, so 9... Oh, der hat eigentlich mehr. Oh mein Gott, wie schnaß ich den Falle. Gott, der hat die Umpeer mit Schillfeuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht aufrasten. Danny, beruhig dich. Gott, bei ihm schlägt sogar mein Aiming-Fail. Ich gehe langsamer, damit ich noch was höre. Weil ich gerade gar nichts höre. Wie wäre es mit sterben, du Wichser? Keiner mag dich. Noch nie hatte ich jemanden gemocht. Überleg dir zweimal, was du falsch gemacht hast. Oh Gott, er führt immer mit einem Kill. Immer. Ja, der Typ killt mich, wenn er hier langkommt. Der Typ killt mich einfach immer. Ich habe das Gefühl, er ist der beste Spieler ever. Spaß, das ist ein Ultra-Try-Harder. Er ist sogar richtig schlecht. Und ich will jetzt auch gar nicht campen oder sowas, aber... Da ist er gewesen, ja. Anders verdienst du es auch nicht. Ja, genau. Sehr schön. Ja! Fingerfertigkeit Pro, verdammt. Was bringt du mal? Ich glaube, Fingerfertigkeit Pro schneller zielen, ne? Oh yeah. Yeah! Das ist etwas, was mir gefällt. Bitches. Das ist etwas, was mir gefällt. Oh mein Gott, er führt. Gott, nervt er mich. Wieso ist er so? Mach mir das Leben doch nicht schwer, Alter. Ich finde keine Gegner. Wieso spawnt er nur bei ihm? Ja, wir haben ihn noch bekommen. Gut. Oh, oh, oh. Der Typ ist gefährlich. Oh mein Gott, der Typ ist gefährlich. Ich sag dir, wie er sieht. Zur Sicherheit. Oh, geschafft. Oh mein Gott, Herzklopfen. Er ist sofort rausgegangen. Besser so. Komm gar nicht... Denk gar nicht erst, du kommst jemals wieder in mein Lobby, du Dulli, Alter. Ah, ich bin fertig, Leute. Das Spiel macht mir... Das... Das schaubt mir meine Seele. Okay, wir spielen jetzt auf Terminal. Wahrscheinlich spielen wir jetzt auch mit der Sniper, aber wir haben Atombombe drin. Wo ist der Sinn, mit Sniper zu spielen und Atombombe? Irgendwie, jetzt seien wir mal ehrlich. Wisst ihr was? Ich spiele doch lieber mit der Intervention, die ist cooler. Wesentlich cooler. Aber ich liebe Terminal. Gab es auch ein Remake von MV3. Hoffentlich wird die nicht geskippt und wir sehen uns gleich wieder in Terminal. Ich habe die Atombombe jetzt übrigens rausgenommen, weil ich denke nicht, dass sie mit dem Sniper irgendeinen Sinn hat. Deswegen, ich will einfach nur ein paar coole Shots bekommen, ein paar coole Kills bekommen und gut ist. Und los geht's mit der Intervention auf Terminal. Machen wir mal auf sehr hoch. Auf 7, ja, das müsste ganz okay sein. Ich weiß, viele snipen auch gerne auf 10. Aber ich persönlich bevorzuge die andere Variante. Ah, da ist einer. Der wurde gleich gesniped. Leute, da ist einer, da hinten. Ich hoffe, das ist eine gute Empfindlichkeit jetzt gerade für mich. Ich gehe mal jetzt auf ein paar lustige Kills, so richtig geile Kills. Und natürlich will ich trotzdem gewinnen. Aber selbst wenn ich jetzt nicht gewinnen sollte, dann ist es kein Weltuntergang. Oh mein Gott! Wieso? Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Es spielen auch gerade nicht so viele Leute da. Ich glaube, ja doch, jetzt sind ein paar nachgejoint. Da ist einer. Ja, du solltest lieber auf deinen... Oh, ich habe kein... Sag mal bitte nicht. Ich habe... Natürlich... Ah, gut. Brauche ich gar nicht zu spielen. Ich habe kein Dings dabei. Keine Fingerfertigkeit. Habe ich total vergessen. Sorry. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ah, ich habe kein Dings da. Ich kann nicht genug zielen. Könnte ich schneller zielen, dann könnte ich besser Kills machen. Oh, verdammt. Und auch schneller nachladen. Das wäre sehr, sehr wichtig für mich. Hinten ist einer. Oh, wow, 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 wow. Oh, der wurde eliminiert. Aufklärungszone. Mal sehen, wie lange wir überleben hier mit der Sniper. Ich aktiviere sie mal kurz. Sag mir bitte nicht, hier spawnt ihr euch einer, während ich meine... Natürlich, da hat die Pille der Bastard. Alter Leute, ich habe nicht mal... So, ohne. Guck mal, er läuft von einem Sniper. Oh, wow, was? Hab ich nicht gekillt. Gott, bin nicht schlecht. Komm schon. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ich weiß, dass er da irgendwo drin ist. Verdammt, das hätte geklappen können. Wer weiß. Ich warte kurz. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, doch, ist schlimm. Verdammt. Gut, ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich OP. Jetzt ist es vorbei, Leute. Jetzt ist es vorbei. Na super, jetzt ist es... Jetzt fängt es an gerade. Jetzt fängt es an. So, über den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr zu kümmern. Oder auch doch. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier rein. Oh mein Gott. Ah, na super. Gott, ich bin... Die Waffe ist normalerweise OP. OP mit Griff aber. Sonst nicht so wirklich. Sonst ist sie einfach nur gut. Und gute Waffen gibt es viele. Aber mit Griff auf Terminal in... Ich meine, er hatte die MP5. Er konnte nicht mal reagieren. Gut, ist ja auch ein schlechter Spieler, ne? Wie die meisten hier, aber trotzdem. So, vielen Dank für die Drohne. Ich liebe die Drohne. So eine kleine Killstreak, die einfach jeder kennt. Aber ich liebe sie einfach. Oh Gott, ich kann nicht zielen. Der ist zu weit weg. Habt eine zu hohe Erfindlichkeit. Das Gute ist, ich brauche auch gar nicht nachzuladen, so wirklich. Und mit schneller Zielen... ...bekomme ich hier einfach die Kills. Ich habe mein Konto zugeschrieben. Ich wollte da einen schlechten Witz bringen, aber ich habe ihn lieber gelassen. Ich wollte da so einen scheiß Witz bringen ohne Scheiß. Das geht mir gar nicht gut bei euch an. Ich warte jetzt hier. Oh Gott, ich sehe... Oh, Sport überpowered. Jetzt wisst ihr wenigstens, wo ihr sein könnt, wenn ihr... Na, ich habe einen Payflow. Brauche ich gerne nicht einzusetzen. Da haben die Gegner ja null Chancen. Ich lasse... Guck mal, wie... Guck mal, wie wenig ich die Gegner respektiere. Ich lasse nicht mal meinen Payflow ein. Das ist mein Respekt gegenüber den Gegnern. Das ist mein Respekt. Na super, verdammt. Kommt wieder, wie ich die respektiere. Jetzt seht ihr erst, Leute. Wie ich die Gegner respektiere. Krass, ne? Ich gebe einen Fick auf meine Gegner. Die sind schlecht. So sehr respektiere ich die. Das ist richtig. Gib mir die ganzen Kills auf mein Konto. So. Das ist das, was ich sehen will. Hahaha. Schlecht seid ihr. Jeder Einzelne ist schlecht von euch. Und du erst schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht die sind. Das ist nicht... Oh mein Gott, ich bin so gut. Oh mein Gott, ich bin so verdammt gut. Oh, schade. Ich aktiviere nicht mal. Brauche ich dich zu aktivieren. Pille, juckt mich nicht. Guck mal, ich aktiviere die nicht mal, die Scheiße. Ist mir scheißegal. Aktiviere gar nichts. Ich gewinne auch so. Sorry, Leute. Ich muss kurz aus dem Zimmer gehen. Das ist mir zu peinlich, die Killcam zu sehen. Sag mir bitte Bescheid, wenn die Killcam vorbei ist, okay? Ist die schon vorbei? Oh ja, okay, gut. Danke. Ah. Das war einfach zu einfach. Kennt ihr das, wenn es zu einfach ist? So. Nächste Map mal wieder auf der scheiß Map Storm. Läuft bei uns. Gut, die Gegner sind sowieso schlecht. Also können wir auch eine schlechte Klasse nehmen. Oder vielleicht können wir ja skippen. Ich habe mir übrigens eine Kartoffel geholt. als Respektlosigkeit. Weil ich die Gegner so disrespekte, ja? Hoffentlich wird die Map gewechselt. Habe ich gar keine Lust drauf. Diesmal werden wir mal snipen. Snipen. Naja. Ich frag mich eigentlich, wieso ich die ganze Zeit für alle zocke. Ich frag mich, ob das so eine gute Idee ist. Hm. Oh, Kopfschlag gibt mir was Gutes. Es gibt mir eine gute Map. Ja, ist ganz okay. Okay, bis gleich. Gut, ich werde snipen. Allerdings muss ich sagen, dass auf dieser Map die Sniper nicht die gute ist. Ich mach's jetzt nur wirklich aus Spaß. Und füll die Sniper-Fans zuliebe. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, das Snipen jetzt nicht... Macht Spaß, finde ich. Macht Spaß. Aber, um richtig gut zu spielen, kann man auch. Das war ein Nice Shot. Aber die campen halt immer da oben. Ja, zum Beispiel... Und hier gibt's auch sehr, sehr viele Stotflintentypen, weißt ihr? Hier. Hier, eine Semtex für dich, mein Freund. Ich hab ihn sogar getroffen, oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Na, super von hinten. Ja, im schlimmsten Falle wechsle ich die Waffe, aber... Ihr seht hier gerade... Ja, er hat fünf Kills, ich hab einen Kill. Könnte ich schon wieder auslasten. Natürlich! Diese Map ist einfach die falsche. Ja, ich hab jetzt einfach so geschossen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wo ist der? Oh Gott, ja, ich wechsle die Waffe. Sorry, Leute, aber das geht... Ich kann... Keine Ahnung, es geht einfach so nicht. Ich hab die Pille, mein Freund. Ich bin unverwundbar, quasi. Kann man so sagen. So, stirbt. Der ist tot. Oder auch nicht. Ich glaub, der weiß, dass ich hochkomme. Oder auch nicht, weil er dumm ist. Keine Sorge, dumm sind viele Menschen. Zum Beispiel meine Hater. Spaß. Meine Hater sind sogar schlauer als du. So, vielen Dank für die Zone. Ich kann hier auch mal gerne bleiben. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Ort hier. Macht auf jeden Fall Spaß, hier zu campen. Oh ja, ich brauch auf jeden Fall Skill. Sehr skillig hier auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die Kills kommen angeflogen gerade. Long Shot. Easy. Mach's mir bitte nicht so einfach, mein Freund. Komm, gib mir einen Kill. Oh, da ist er, oder? Ne. Ich mach, ich aktivier erstmal meine... Meine Predator. Oh, verdammt. Ja, die fliegt natürlich nach Mallorca gleich. Feindliche Aufklärungsdrohne. Feindliche Aufklärungsdrohne. Geh mal runter. Da ist er doch, oder nicht? Verdammt, er kämmt hier drin. Gott, ich hasse es. Das ist so anstrengend. Gut, ich stelle weg, ja. Nein, nein, da ist ein Sniper. Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott. Gott, ich liebe die TAR. Nein, zu spät. Ich lag dir mal in meinen Payflow. Ja, ja, Payflow. Nice. Wo, wo, wo? Da oben. Ja, Payflow, erledet ihr das bitte für mich? Aber der campt jetzt hier oben. Hoffentlich kriegen wir den irgendwie. Das Gute ist, er muss hier sein. Oder da ganz unten. Eins von beiden. Was? Gut, vielen Dank. Komm, Payflow, mach deine Kills, mein Freund. Mach deine Kills. Das ist das, was ich gerne sehen will, natürlich. Vielen Dank, mein Freund. Oh, ich liebe meinen Payflow, ernsthaft. Ich liebe seine Muskeln. Danke dir, ich bin so glücklich. Kannst du auch ruhig. Du bist der beste Payflow ever. Vielen Dank für den Headshot, du Bastard. Finde ich echt geil, Alter, weil... Ja, wenn Leute mir freie Headshots geben wollen. Nehme ich immer sehr gerne in Kauf. Ich hatte ihn wenigstens eine Chance lassen sollen, sich umzudrehen. Weil er so schlecht ist. Und als Zeichen dafür, dass er keinen Respekt verdient hat. Aber ich gehe mal hier schnell rein. Ich glaube, der Typ killt mich sonst. Da liegt hundertprozentig eine Claymore irgendwo. Ich muss ihn abwerfen. Danke für den Headshot. Verdammter Loser. Lernst spielen. Ja, genauso wie du. Und du. Tja, so funktioniert das Spiel. Natürlich. Ja, benutze deine Scheiße. Aktiviere ich dich mal. Prioriter brauche ich dich, um zu gewinnen. Ist eh leicht genug, Alter. Ja, ein Kill, völlig. Einen Keks. Au, natürlich. Ich spawn in der Mitte eine Map. Dieses Spiel für mich echt nichts Gutes. Verdammt. Guck mal, die Gegner haben nicht mal eine Chance, sich umzudrehen. Weil ich hier mit der besten Waffe im Spiel spiele. Ist wirklich die allerbeste Waffe. Ich liebe sie. Headshot. Verdammt. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Wo ist er? Ich will wissen, wo er ist. Zeig dich. Oh Gott, der... Wieso? Ich töte ihn so, Alter. Ist mir scheißegal. Hm, hier. Komm schon. Nein. Ach, schade. Schade, ich mag Marmelade. Ja, ich bin tot. Ach, Mann. Guck mal. Hätte ich Ninjan, ne? Und ich... Ja gut, dann hätte mir auch Ninja nichts helfen können, aber... Guck mal, der stirbt jetzt. Pass auf. Ich liebe diese Samtex. Nein. Oh, Mann. Es klappt einfach gar nichts. Natürlich. Ich hab die Pille. Schieß mich nochmal an. Fuck. Gott, mich nervt das hier jetzt gerade. Da geht die Leiter hoch. Oh, mein Gott. Was? 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 Wer? Ein... Was? Okay, das verstehe ich nicht. Wer? Kann es sein... Kann es sein, dass ich noch deswegen verliere, oder was, jetzt? So ein Payfloor tun möchte. Also, wenn jemand einen Payfloor oben hat, dann ist es nicht mehr so zu spaßen. Fahr... Oh, was? Alter, schwere Leute, ich bin grad... Danke für den Headshot trotzdem. Ich würde mal so richtig mal für Headshots bedanken. Weil das bringt mir Kamos. Und Kamos machen mich glücklich. So ein Payfloor ohne Scheiß, das Teil ist so OP. Von euch brauche ich ja nur noch drei Kills. Aber ich will nicht sterben. Weil ich will ihm keine Kills bringen. Weil er mit der Payfloor bleibt auch so lange da oben. Da oben ist er. Er geht die Leiter hoch. Er schaut gleich in meine Richtung. Verdammt. Er kommt hier lang. Wow. Das war ein netter Kill. Ich mach mal einen für 60. Einfach. Zu einfach für mich. Zu einfach. Ich hab mir noch eine Kartoffel. Ich brauch mir die Kamera nicht anzuschauen. Oder? Ich hab mir eine Kartoffel. Welt, 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 Welt. So, danke fürs Warten. Die Kartoffel geht auf jeden Fall vor. Die Qualität meiner Videos. Und ich denke. War es das schon mit dem Video? Nee, wir spielen noch eine Runde. Wir spielen noch eine Runde. Wir spielen wieder mit der RPD. Nee, wir spielen. Okay. Dieses Mal hab ich mir ernsthaft vorgenommen. Mit der Sniper zu spielen. Aber ich werde. Die Killstreaks behalten. Wir spielen mit der Sniper jetzt. Auf Spaß mal. Okay, aber dann bleiben wir auch dabei. Also nicht irgendwie jetzt irgendwas anderes noch wählen. Und so weiter und so fort. Bis gleich. Verdammt. Jetzt hab ich Schluck auf. Oh nein. Nein. Ich hab Schluck auf, Leute. Fuck. Mein Gott. Okay, los geht's. Ich hab Schluck auf. Ich hab mit Schluck auf. Ich muss mir meine nachmachen. Er hat auch die RPD oder sowas. Von links. Nein. Verdammt. Er ist da gespawnt. Da ist auf jeden Fall einer. Das weiß ich. Wo ist er? Ich weiß, dass er da ist. Boosten die oder was? Verdammt. Die boosten heute. Die boosten da. Ja, der hat 0 zu 2. Oh mein Gott. Wieso krieg ich keine Kills? Was? Danke. Alter Schwede. Na. Oh Gott. Das war einmal richtig daneben. Ich hab das Gefühl, die boosten da hinten oder sowas. Keine Ahnung. Was? Was? Sicher, dass die nicht boosten? Wow. Alter Schwede. Wie hat denn der Harry das schon bekommen? Mein Gott. Was? Ich kann ja gar nicht mit der Sniper spielen. Bin ja im Alter schlecht gerade. Yay, Headshot. Mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Waffe. Oh wow. Eine, eine, die letzte Falltarnung zu bekommen. Die sieht geil aus auf der Waffe. Ja, ich denke nicht, dass ich das noch gewinnen werde mit der Sniper. Aber ich hab ja gesagt, ich will die Sniper nicht wechseln. Ansonsten hätte ich natürlich noch gewonnen. Was? Mein Gott. Mein Gott. Nein. Ja, okay. Ich verliere das wahrscheinlich. Das war unfair, das Spiel. Ich hab das Gefühl, die boosten oder sowas. Ich meine, keine Ahnung. Ich frag mich manchmal, wie die Gegner... Nein, wenn ich jetzt sterbe. Mein Gott. Oh mein Gott. Meine Nachbarn... Oh, scheiße. Die denken... Ohne Scheiß. Die denken, ich wär behindert, Alter. Ernsthaft. Mein Gott. Ich hab... Pein... Peinlich. Wem muss ich das uploaden, Alter? Muss ich das Spiel uploaden? Verpiss dich mit deiner Scheiß Claymore. Ich hab keine Pistole oder sowas dabei. Nein. Ach, das läuft bei mir gar nicht gerade. Aber ich treffe auch niemanden so wirklich, ne? Hei, die Area schon wieder! Mich nervt das schon wieder, Alter. Ernsthaft. Ich bin jetzt sauer, Alter. Ernsthaft. Ich kann da... Ich kann da nicht zielen. Verdammt, er hat... Alter, ich geh gleich aus der Scheiß Lobby raus, Alter. Fickt euch. Oh mein Gott. Der Payflow. Aufführungsdron aktivieren. Ja, ich gewinn das nicht mehr. Scheiße. Hier wenigstens der Predator. Wenigstens kann ich den Payflow runter... Was? Er ist neben mir gespawned. Läuft bei ihm. Ich find's unfair, dass man eine Harrier und ein Payflow gleichzeitig oben haben kann. Was? Ich versteh das nicht. Wie treffe ich ihn da nicht? Oh mein Gott. Manchmal... Ich hab keine Ahnung, ey. Oh man. Ernsthaft? Ich verliere jetzt? Im Video? Oh, das war ein Highshot. Oh mein Gott. Ja, ich kann... Ich... Ich weiß nicht. Ich kann's nicht verstehen. Natürlich. Hitmarker. Verdammt. Hinter... Vor... Vor mir. Oh mein Gott. Nice. Ja, jetzt zum Schluss krieg ich die Kills, ne? Oh, mein Headset ist leer. Verdammt. Mein Headset ist leer. Ich hör gar nichts mehr. Manchmal ist es sogar besser, ohne... Ohne... Ohne Ton zu reden. Ich mag das Headset nicht. Kauft euch bitte niemals Headset ohne... Ein Kabel. Ohne Scheiße, Leute. Das nervt. Ich... Ich hör... Ich hör jetzt. Schaut euch mal vor, ich hatte keine Batterien im Moment. Das wäre so behindert. Weil einfach... Ja. Das ist einfach scheiße. Ja. Seht ihr? Ich spawne genau in die Mitte von jedem und sterbe natürlich. Und das ist jetzt so komisch, mich gerade selber zu hören. Irgendwie bin ich das nicht so ganz gewohnt. Nice. 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 Das war sich... Ah, verdammt. Noch verloren. Ah, schade. Marmelade. Sorry, Leute. Ich habe das letzte Spiel verloren. Ich weiß nicht. Ich habe nichts getroffen, so wirklich. Nur zum Schluss noch ein paar Shots. Aber sonst... Ja gut, das war... Er hat mit der RPT gespielt, glaube ich. Und hat dann zum Schluss seine Waffe gewechselt. So, als würde es aussehen, dass er die ganze Zeit mit der Sniper gespielt hat. Ist klar, Alter. Und da hat er noch so einen Scheiß-Shot gemacht, Alter. Vielen Dank fürs Ansehen. Bei diesem Part von Road to Commander... Oh, wir haben die AR-12. Die beste Waffe der Welt. Beim Road to Commander... Ähm... Ja, mal wieder eine Ehre für euch gespielt zu haben. Also würde ich mich gerne verbeugen. Ähm... Und, äh... Ja, wenn es euch gefallen hat, Link in der Beschreibung zu allen anderen Parts. Gleich da oben. Kommen wir zu allen anderen Parts. Stellt euch das mal vor. Nur durch einen Klick in die Beschreibung. Außerdem lasst einen Daumen nach oben da. Äh... Für diesen Part. Es würde mich sehr freuen. Und mir zeigen, dass ihr mehr sehen wollt. Und, äh... Dann sage ich wie immer quasi nur noch 3. 2. Gott, das habe ich irgendwie lange nicht mehr gesehen. Ich habe keinen Bock mehr, das zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich sehe dich einfach im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Und, äh... Und, äh...